Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass der Big Brother Award die wichtigen Dinge in Sachen Datenschutz und Privatsphäre auch herausstellt. Man kann Vorschläge machen, wer denn einen Big Brother Award bekommen soll. Man kann mitarbeiten und man kann natürlich auch spenden. Das können Sie sogar jetzt sofort machen, in der Zeit, in der Markus Kanzior und sein weiteres Stück auf der Gitarre spielen wird. Wir haben auch den Hocker hier. Du kannst dich ruhig vorne präsentieren. Geht da hinten, okay. In der Zeit gehen Mitarbeiter von Digital Courage herum mit Spendenbüchsen oder sind es Spendenkörbchen? Ich weiß es nicht. Sie werden sich zeigen. Und ich sage nur, bitte unterstützen Sie die Arbeit des Big Brother Award durch Ihre Spende. Und jetzt vielleicht vorab noch ein Applaus für Markus Kanzior. Und ich sage nur, bitte unterstützen Sie die Arbeit des Big Brotheres. Und ich sage nur, bitte unterstützen Sie die Arbeit des Big Brotheres. Und ich sage nur, bitte unterstützen Sie die Arbeit des Big Brotheres. Und ich sage nur, bitte unterstützen Sie die Arbeit des Big Brotheres. Musik 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 Markus Canzior, gibt es eigentlich, es gibt noch gar keine CD von dir, ne? Nein, es gibt noch keine CD, ich habe Visitenkarten und die liegen zu Hause. Man kann ihn kaufen. Man kann ihn kaufen, ja. Markus Canzior, wir hören ihn aber nachher nochmal, vielen Dank.